. Kann ich was helfen? Nee. Sagen Sie, Herr Kottern, woher kennen Sie eigentlich meinen Eschker? Ja, wissen Sie, Frau Birkenfeld, Ihr Edgar und ich, wir haben gemeinsam Treue ausgegraben. Na komm, was steht denn da oben? Komm, wir sind hineinspaziert, hineinspaziert. Komm, mit schon dein Bier. Komm, wir sind hier dran. Was ist denn da oben? Hofmeister. Von Hofmeister, müssen Sie gewissermaßen fahren. Ja, ja, ok, ok, kannst du nicht schneller fahren? Nein, ich kann nicht schneller fahren! Deshalb brauchst du nicht nur zu prüren! Bin ich ganz schreiner Meinung, ja? Es sei öfter zu viel, zweitens fährt er, wie gesagt, es sei auch. Und drittens, da wo der fährt, da gibt's keinen Kilometerstein mehr. Da gibt's nur noch solche Pa... Ab, Siggi! Dann kriegst du als Attaché zweiter Klasse ein erstklassiges... Du fährst, dann sind wir gleich da. Ich weiß wirklich nicht, warum ich das mache. Ich bin zu gut für diese Welt. Erst fährt er in den Urwald, um seiner Mimik zu imponieren, und wir... Dann machen die eine Fensterung. Aber jetzt... Und dann machen die halte Taüste, ja? Und dann machen die Handwerker... Wenn's? Und dann können sie nicht... Und dann? Und dann kann die Haare ein... Weil sie das nicht... Ich kann nicht. Das ist nur noch nicht. Und dann, wenn die Haare am Siggi leben... Hallo, Franz! Das ist doch gewahnsinnig, geht das immer so. Hey, wo ist denn der Container? Attaché, wo ist denn der Container? Geben wir! Weck, wenn die Indyama kommen, hört auf mit der Tiefe! Okay, okay! Für den Hutu! Dich mach ich fern! Und ich sag nichts nicht! Ich vergesse nichts! Ich vergesse nichts! Ich schau nichts aus, aber ich... Es gibt nichts! Pass auf!